Das ist endlich Licht werde, nach den langen und düsteren Tagen des Winters, das wünschen wir uns alle sehr. Wir sehnen uns nach Wärme und Licht und als Christen haben wir die Gewissheit, dass sich unsere Sehnsucht erfüllen wird. Der Jahreskreislauf spiegelt unser Leben, das sich wie ein Mogen von der Geburt bis zum Tod spannt. Auch die eben begonnene Fastenzeit symbolisiert einen Weg, der durch Leiden und Tod zu einem neuen Anfang führt. Chor und Orchestergemeinschaft wollen mit dem heutigen Konzert Hoffnung und Zuversicht vermitteln und den Blick über die Fastenzeit hinaus auf Auferstehung und Erlösung richten. In musikalischer Form soll der Weg Gottes mit den Menschen nachgegangen werden, von der Erschaffung der Welt über den Sündenfall zur Geburt Christi und schließlich hin zur Tod und Auferstehung unseres Herrn, möge sie die Botschaft des heutigen Abends erreichen, damit sie mit neuer Hoffnung und gestärktem Vertrauen den Weg auf Ostern hingehen. Amen. Amen. Amen.